Ich habe nie aufgehört, mich wie ein Kind zu fühlen. Mein Motto ist Excelsior. Das ist ein altes Wort, das hoch hinaus und auf zu großem Ruhm bedeutet. Es steht auf dem Siegel von New York. Mach jeden Tag weiter und wenn es Zeit ist zu gehen, dann ist das so. Nichts hält für immer. Wir leben in einer facettenreichen Gesellschaft oder genau genommen in einer facettenreichen Welt und wir müssen lernen, in Frieden und mit Respekt voreinander zu leben. Je mehr man liest, desto besser wird man in Geschichten erzählen. Früher oder später, wenn die Menschen ihres Schicksals würdig sein wollen, müssen wir unsere Herzen mit Toleranz füllen. Wenn du mit Leuten arbeitest, die du respektierst und die du magst, sowie bewunderst, weil sie so gut in dem sind, was sie tun, fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Es ist, als würdest du spielen. Zu viele Menschen folgen nicht der Sehnsucht ihres Herzens. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Das Leben ist nie ohne Herausforderungen. Es gibt nur einen, der allmächtig ist und seine größte Waffe ist die Liebe.